Musik 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 Warum sehe ich jetzt das Fenster nicht? Pfff Dann bin ich doof Ähm Wooden Wallsign Wooden French Und Door Mach doch einfach Woden window frame Den Ach du siehst doch Hast recht Aber Fenster kann ich erst das Level 30 Mann dort Oh ich bin da ewig Ja warum Fenster völlig überwärts? Kannst mal ein bisschen Wood sammeln Was? Wood Wood kann ich machen Sie sollten glaube ich bevor wir überhaupt irgendwas großartiges bauen Grundressourcen sammeln ohne Ende Ja ich hab ja grad schon ein bisschen Dann brauchen wir keinen Bogen für und nix Hier ist ja sowieso keine Viecherlei Wow ich hab einen Holz aus dem Baum gekriegt bevor er umgefallen ist Wenn wir nicht unbedingt angreifen Dann haben wir eigentlich gut Ich hoffe das Assam tut besser Holz wäre cool Ah du bist schon da Na ja Na gut Der nur Lust kannst du mir aber was abnehmen Der Grab dort mir geholfen schneller zu werden Nee irgendwie nicht Muss man das denn fragen Ich schmeiß aber was weg Genau Ein 2x2 funktioniert das Spiel auch so 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 ich brauche nur 1,2,3 Fenster So So Wie soll denn das Fenster Damit man rausgucken kann Und einmal Er ist schon da Nee das wär' dann auch noch meine Idee So Soll es eigentlich Glühwürmchen sein, die hier durch die Luft fliegen? Ja, ich höre es so. Ich tippe auch Regen. Könnte natürlich auch sein. Ähm, ja. Aber Regen fliegt nicht durch die Luft. Regen fällt einfach. Ja. Ey, das sieht so nice aus da drüben. Ja. Vogel und Hinder. Und dann? Was dann? Ja, nix dann, ne? Ja, ja. Das sind Metallsteine, oder? Ich bin minimal schwer. Ja, okay, da müssen wir uns auch bald drum kümmern. Ich muss auch gleich, wenn ich zu Hause bin, mal leveln. Dann müssen wir mal gucken. Hey, ich glaube, du bist vor mir zu Hause, obwohl ich nur noch 20 Meter habe. Habt ihr alle auf Gewicht gelevelt? Nö. Ich habe 200 Gewicht. Ja, okay, ich habe, glaube ich, 120. Ja, okay. Bobby, hey. So, ich brauche nämlich, dat da. Mein bester Freund. Ne, dat da. Ja, super. Ich bin gerade nach Hause gerannt. Weißt du, wofür? Für 9 Fiber. Das ist gut. Und 500 Holz. Ne, ne, das habe ich ja. Oh, ich habe noch einen Fiber für dich. Wow. Ich überlege gerade, wo man am besten die Türen macht. Und ich glaube, hier. Ja, das sieht praktisch aus. Das ist noch Fiber für mich. Das ist gut. Ja, 1. Wow. Das ist mir, damit ist mir jetzt so viel Hilfe. Und ich habe die Tür. Ich habe die Tür. Warte, warte, warte. Ich habe was Tolles für dich. Okay, das hilft mir aber gerade nicht. Schade. Ich weiß ja, dass ich ein Kambad bin. So. So, das müsste klappen, ja. Müsste auch klappen, dann brauche ich nur Fiber. Okay. Ich möchte aber so ein schönes Dach. Was für ein schönes Dach? Ja, so eins, was wir... So ein Sattel doch. Genau. Du meinst ein Spitzdach? So ein Hausdach? Ein Spitzdach ohne Spitze. Nee, mit Spitze. Ja, ohne Spitze können auch Tiere drauf landen. Ich glaube, mit Spitze geht nicht. Ja, das würde schon gehen, aber ich glaube... Weiß ich nicht, müssen wir ausprobieren. Mit Spitze geht brauchst du... 1, 2, 4. Ja, du brauchst halt eine gerade. Am Giebel 4. Dann geht's. Wo soll ich in seinem Mord an Pesteln stellen? Da, wo Platz ist, wird langnehmend Feuer wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ist ein schon Fleisch drin? Ja. Oh, das ist ein Segen. Bin nämlich gerade am Funk, Mann. Ja, aber ist nicht so viel, ne? Wir haben nicht so viel. Und steh nicht im Weg rum, das wär auch sehr nett. Ich hab nur 53 Fleisch. Ich find das echt nice, wie schön du hier eine Wand gespart hast, Sven. Ich würde auch sagen, da darf niemals etwas rein. Weil, es ist ja das erste, was kaputt geht, wenn uns irgendwas angreift. Meine Herren, dann schält's ja noch. Machst dann Erker raus. Ja. Also, rein kommt schon mal nix, solange es nicht springen kann. Ich kann mal aufhören, wie weit man da kommt, wenn man hier springt. So, Anlauf und yay. Ja, da springt man mal soeben ins Haus. Kein Problem. Ja, ich hab doch noch irgendwo hängen. Wer jetzt nicht? Welches Level seid ihr jetzt? Ähm, achso, ja stimmt, ich wollte mal leveln. Leben, leben, leben. Oh. 27. Die müsst uns aber nochmal umbenennen, weil... Hm. Ja, es passt halt nicht oben rein, das sieht scheiße aus. So, drei Spaten... Nee, was? Drei doofe und kein Pö. Kein Pö. Ja, siehste? Da ist kein P in dem... Ich renne mal hier eben zum grünen Licht, ich weiß noch nicht, ob ich das öffnen kann. Nein, da bin ich schon. Nee, ich bin da zuerst. Glaube ich nicht. Flint, Hightwood, Fiber? Boah, ich bin da verhungern, geil. Tja? Ich dachte jetzt, du bist da schon, aber... Ach, da bist du, aber ich bin schneller als du. Vielleicht solltest du das nicht gerade da rausnehmen. Das tut mir irgendwie gar nicht leid. Ich bringe noch ein paar Steine mit, ne? Mach das. Das wäre eine Idee, ich brauch noch 27. So, sehr. Refining Forge. So, ich hab' schon mal was anzuziehen, das finde ich schon super. Aber sag' Bescheid, wenn die Kraft ist, man bleibt und... Aber warum rennen eigentlich alle Viecher immer ins Wasser? So, vielleicht, weil's da am sichersten ist? Ja, genau, da werden auch ein Hain aufgefressen ist. Stimmt, das ist ein schwerwiegender Nachteil. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn, was du jetzt hier erzählst. Verstattest, lieber den anderen Dodos ab. So, Dankeschön. Nehmen wir doch was Größeres. Wow. Achso. Ich hab grad Leben verloren, aber ich weiß nicht durch was. Vermutlich, weil du dir die Axt ins Bein gehauen hast. Das ist nur unsere Hütte. Hä, da vorne. Ah, wo ich bin. Na, was ist das? Ich hab halt nicht vernünftiges zum Abbauen. Nein, ich halte euch damit ab. Dann können wir auch gleich mal ein Bett bauen. Ja, kümmere ich mich drum. Warum? Warum nicht? So, der auch mal weg hier. Ich rotte einmal unsere Nachbarschaft aus, ne? Nicht, dass wir noch... Ja, zum Glück haben wir ja schon wieder ruhig, doch mal. Ach, ne, den Parasaur lass ich aber noch. Hier war doch der Eingang. Genau, der steht natürlich auch offen. So, leveln wir mal da. Ich bin jetzt schon 28. Total klasse, Warner wäre ne Wand, ich hab noch eine über. Hä? Achso, über deiner Kiste, ja. Nein. Achso, doch, stimmt. Ich bin jetzt hier verkehrt rum. Ah. Da ist ja... Hm. Ich hab nicht... Ja, ich bin schon wieder am Verhungern, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg doch was essen. Was? Nein, nein, ich hab grad... ...ein was selbst was gehabt. Die machten die Narkotiks. Ich bin von Martin Lukas. Ich hab ein vergammeltes Fleisch und konnte zwei Narkot... Ja, weil ich eins reingelegt habe. Ah, okay. Ich war ja damit beschäftigt, Bärchen zu sammeln. Und Holz und Steine. Ich hab mir kein vergammeltes Fleisch, na? Ja, das kann man aber wohl lernen. Das kriegt man nirg, das kriegt man nirg. Weil da kümmern wir mich mal eben drum. Ja, mach du das mal. Ja. Ich mach mal eben 33, das müsste erst mal reichen, ne? Ey, und durchs Fleisch aufteilen hab ich auch Level-Ups gekriegt. Das ist natürlich nice. Meinst du, das liegt da dran? Oder dass ich vielleicht auf den Steinen rumkloppe? Nee, ich glaub nicht, dass es an dir liegt, nee. Jetzt liegt am Fleisch verteilen. Ja. Cool. Ja. Ja, hast du mir ein bisschen Fleisch verteilt? Ja, aber ich hab kein Level ab. Also, weiß ich nicht. Das sagt der mir ein Jänner nicht mehr, wenn er erstmal eins hat. So, was geh ich denn? 200 Leben hab ich schon. Ich glaub, ich geh mal ein bisschen auf Weight. Dann hab ich 130 Weight und bin Level 29. Sehr nice. Und in drei Minuten haben wir 33 vergammeltes Fleisch. Ähm, okay. Das, denke ich mal, ist relativ gut. Eventuell. Warum, warum haben wir dann so viel? Ja, weil ich grad, äh, 33 Fleisch in meinem Inventar aufgeteilt hab. Okay. Die Frage ist, bin ich blind oder hab ich grad... Oh, ich hab das Metall nicht mitgenommen. Äh. Da ist es doch. So geht's. Äh, es könnte gleich in die Refining Fortspielen. Ja, deswegen nehm ich ja da grad aus dem Schrank. Wo du das nirgst? Ich hab dir noch was mitgebracht. Ach, ich wollte das mal repartieren lassen. Ach ja, genau. Am besten immer mit, eh durch die Gegend laufen. Ja. In der Hütte möchte ich auch nicht ewig wohnen. Warum nicht? Ist doch schön. So mit dem Wind. Hä? Windschief aus. Windschief? Also, ich mach dich kein Dach. Oh, das ist doch echt zu schwer. Das geht ja noch nicht. So. Hat noch jemand, äh, Leben? Ja. Kannst du mal was droppen? Ich würd dir mal Sachen reparieren. Nein, geh nix weiter. Wo bist du denn? Nein, in der ersten Kiste sind schon vier. Nee, ist schon gut. So, Repair. Sehr schön. Was repairst du denn? Meine Stone-Hatchet. Meine sieht ja gar nicht so schlecht aus, aber wie das mal mit Anzieklamotten. Ach ja, ich hab was. Ja, toll. Hey, Level Up. Mini-Damage. So, ich bin schon mal Level 30. Was seid ihr so? Super. Bob ist 25 und Lukas ist? Ja, Bärchen. 26. Gut, was kommt immer? Ich bin wohl der Einzige. Vermutlich bin ich der Einzige, der irgendwas sammelt. Nee, ich hab auch grad einmal gegen den Baum gekloppt und gleich Level Up. Super. Dann sammle ich jetzt Bärchen. Do that shit. Aber was ist denn unser großes Ziel? Willst du da irgendwie erkunden gehen? 10.000 Bärchen sammeln. Ja, okay. Das können wir erstmal machen. Das klingt gut. Wir wollen nicht erkunden. Wir müssen erstmal eine Hütte haben. Dann muss man ein Bett haben. Aber wenn du erkunden gehen möchtest, dann kannst du gerne loslaufen und erkunden. Ja, ich würd gerne Rüstung bauen. Ja, lauf doch los. Guck du dich mal ein bisschen um, genau. Gute Idee.